Davy, Sie strahlen übers ganze Gesicht. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg und natürlich zu Ihrem ersten EM-Treffer bei diesem Turnier. Ganz ehrlich, wie viel Druck ist da mit diesem Tor heute abgefallen bei Ihnen? Ja, schon ein bisschen was, weil ich einfach dem Team weiterhelfen wollte. Ich habe auch im ersten Spiel versucht, dem Team mit dem Tor weiterzuhelfen. Da hat der Elfmeter leider nicht geklappt. Diesmal hat es gut funktioniert. Ich bin froh, dass ich da sozusagen den Dosenöffner machen konnte. Das 1-0. Es war wichtig für uns als Team. Danach haben wir auch besseres Spiel gefunden und ja, gut, dass ich was zurückkehren konnte. Ich würde sagen, Sie sind jetzt absolut drin in diesem Turnier. Was können wir im nächsten Spiel gegen Italien erwarten von Ihnen, von Ihrer Mannschaft? Ja, ich glaube, wir haben alle schon gemerkt, dass wir am Anfang ein bisschen schwer reingekommen sind im ersten Spiel. Das zweite Spiel ist jetzt viel besser gelaufen. Wir haben uns, glaube ich, von Anfang an auch besser gefühlt. Das war schwer gegen die Ideen. Die haben ein gutes Spiel gemacht, waren Spieler sehr, sehr stark und wir haben es wirklich heute gut gemacht, gut dagegen gehalten. Und ja, wir sind jetzt angekommen und freuen uns jetzt schon auf die Italiener. Vielen Dank. Schönen Abend noch.